In diesem Video geht es um die besten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer. Der Qualitätssieger in unserem In-Ear-Bluetooth-Kopfhörertest geht an den Soundcore Live P2. Deine AirBuds sind mit jeweils zwei integrierten Mikrofonen ausgestattet, die dank CVC 8.0-Technologie für isolierte Hintergrundgeräusche und damit für kristallklare Telefongespräche sorgen. Deine Live P2-Bluetooth-Kopfhörer haben ab jetzt nagelneue grafene Audiotreiber mit einem Klangprofil, das alle Frequenzen abdeckt. Außerdem analysiert die exklusive Bass-Up-Technologie deine Musik in Echtzeit und erhöht niedrige Frequenzen automatisch um 43%. Genieße 7 Stunden kabellose Wiedergabezeit oder sogar 40 Stunden Spielzeit mit der Ladehülle. Und wenn du es mal eilig hast, sind deine Kopfhörer innerhalb von 10 Minuten für eine Stunde Musik aufgeladen. IPX7 Wasserschutz-Klasse stellt sicher, dass deine Kopfhörer sogar beim Untertauchen in Wasser absolut geschützt sind. Die vereinfachte Konfiguration ermöglicht blitzschnellen, mühelosen Verbindungsaufbau. Das zuletzt gekoppelte Gerät wird automatisch verbunden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Anker Soundcore Liberty Neo. Deine Liberty Neo Bluetooth Kopfhörer haben ab jetzt nagelneue Audiotreiber. 100 Mal stärker als Stahl und 35% leichter als Standard-Audio-Membranen. Diese starke Technologie schenkt dir kristallklaren Sound und zugleich atemberaubenden Bass in allen Klangfrequenzen. Die exklusive Bass-Up-Technologie analysiert das Klangprofil in Echtzeit und erhöht niedrige Frequenzen automatisch um 43%. Mehr hören, mehr fühlen. Die integrierte LDS-Antenne des Satelliten-Standards in Kombination mit Bluetooth 5.0 sorgt für eine unerschütterliche Verbindung zwischen deinen Earbuds und deinem Smartphone. Der Bluetooth Kopfhörer wurde mit starker IPX7-Wasserdichtigkeit ausgestattet, damit du den idealen Partner für deine Workouts hast, der Schweiß-, Regen- und Wasser effektiv widersteht. Der Preis-Leistung-Sieger in dem in-Ear-Bluetooth-Kopfhörer-Test ist der OK-Quick-Charge. Hi-Fi-Audio Die verbesserten dynamischen 10mm-Lautsprecher bieten einen satten und klaren Klang. Die Mikrofon-Technologie ermöglicht Ihnen klarere Anrufe zu tätigen. Entfernen Sie einfach die Kopfhörer aus der Ladehülle und Sie verbinden sich automatisch mit Ihrem Telefon nachdem sie das erste Mal gekoppelt wurde. Stabile und effiziente drahtlose Verbindung mit Bluetooth 5 und einer speziellen Antenne für ein starkes Signal, das störungsfest ist. Die Kopfhörer liefern alleine bis zu 5 Stunden energieeffizienten Klangausgabe bei einer schnellen Ladung von 2 Stunden. Die mitgelieferte Ladehülle lädt die Kopfhörer bis zu 5 Mal, unterstützt 30 Stunden zusätzliche Nutzung und hält die Kopfhörer sicher gebaut mit einer Nano-Beschichtung, um den Innenbereich fachmännisch vor Wasser und Schweiß für eine längere Lebensdauer zu schützen. Die EPT21S kabellosen Ohrhörer halten und funktionieren perfekt unter verschiedenen Wetterbedingungen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.